Also, es geht los. Wir gießen gerade das Beet und wir zeigen euch, wie man misst, ob man genug gegossen hat. Man steckt den Finger dazu in das Beet und zieht ihn wieder raus. Wenn er feucht ist, ist er feucht? Ja. Wenn er feucht ist, ist das Beet genug gegossen. Genau. Jetzt schwenken wir mal rüber. Und dann ist ziemlich trocken. Deshalb gießen wir hier noch weiter. Noch mehr. Das reicht schon. Wollen sie ja nicht ertrinken.